Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Geschichte, das Geisterschloss. Mal sehen, was passiert. Nur noch ein bisschen üben, da kann ich bestimmt schon Konzerte geben. Max, Max, du musst schnell kommen, Fräulein Blütert, was zu sagen. Äh, okay, ich komme. So, jetzt kann ich entspannt mein Buch lesen. Mama sagt, das wird mir später helfen, lesen zu lernen. Lisa, komm, komm, Fräulein Blütert, was zu sagen. Hm, was? Okay, ich komme. Oje, oje, ich sollte nicht mehr so viel Apfelsaft trinken. Markus, komm schnell. Markus, Markus. Ah, hey, geh weg, das hier ist das Jungklo. Mädchen haben wir nicht zu suchen. Ist ja gut, aber komm schnell, Fräulein Blütert, was zu sagen. Ach so, sag das doch gleich, ich komme. Hey, meine Lieben, freut mich, dass alle anwesend sind. Heute werden wir etwas ganz Besonderes machen. Das wird besonders dich freuen, Markus. Aha, warum denn mich? Na, du magst doch besonders Ritter, oder? Darum, denn wir machen heute einen Ausflug zur Burg Playmobil. Eines der ältesten Gebäude in der Stadt. Was haltet ihr davon? Perfekt. Na, dann los, lass uns aufbrechen. So, da wären wir. Schaut euch nur diese Burg an. Ist sie nicht wunderschön? Diese Burg wurde im Jahre 1173 vom König David gebaut. Um diese Burg herum wurde ein Dorf errichtet. Und dieses Dorf hat sich weiterentwickelt bis zur heutigen Playmobil City. Wow! Okay, dann lasst uns am besten vor dem Burgtor warten. Denn gleich kommt unser Führer. Der zeigt uns die Burg noch genauer. Seid gegrüßt, liebe Kinder. Wenn ihr in der Schule gut aufgepasst habt, solltet ihr meinen Namen wohl kennen. Ich bin Martin. Aber wir sind erst im Kindergarten. Wie auch immer, das ist Martin. Er hat sich ja schon vorgestellt. Und in der Schule werdet ihr sicher noch mehr über ihn lernen. Aber heute zeigt er uns erstmal die Burg. Genau, ich zeige euch die Burg. Ich zeige euch die coolsten Schauplätze. Und erzähle euch die gruseligsten Geschichten. Denn ihr müsst wissen, es spukt hier. Wenn ihr ganz genau drauf achtet, hört ihr vielleicht mal ein Rasseln oder ein Stöhnen. Hä, aber Geister gibt es doch gar nicht. Na ja, das werden wir ja noch sehen. Also Kinder, los, kommt mit mir rein. Dann zeige ich euch den ersten Schauplatz unserer Burg. Und zwar das Verlies. Peace. Untertitelung. BR 2018